Hallo und Herzlich Willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel, mal lesen, Farm Gamers Merkle Ward about Dragon Games Puzzle. About, above. Ja genau. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, also das ist aber so was wie das andere, Merge, Magic oder Merge, Drachen. Gut, dann habe ich Turma, ne, habe ich, habe ich, gut, dann legen wir mal los, Spiel 1. Da scheint das allererste Spiel von denen zu sein. Aber ich höre hier nichts. Wo ist der Sound hin? Ach, der ist so leise. Das Kache heißt Red. 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 Ich ziehe mich auf eine Blume. So. Will der mich verarschen? Okay. 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 Zoe. Dresена. Jetzt müssen wir Review. uties Ah, der Fallschuh, der. Ah, der Fallschuh, der. Ah, der Fallschuh, der. Ah, der Fallschuh. Ah, der Fallschuh, der. Ah, der Fallschuh. Hmm. 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 Oh. Hmm. 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 Das ist eine Silbermünze. 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 Vielen Dank. Gucken, die Nuss könnte ich gebrauchen hierfür oder hierfür. Nehmen wir den hier, weil dann habe ich die Blume frei. Wenn die Blume frei ist, könnte ich die hinsetzen. Aber schon mal eine große Blume. Ich brauche drei graue, äh braune. Die silbernen brauche ich nicht mehr. Die kann ich kombinieren. Die goldenen auch nicht. Ich brauche die Blume. Also, das ist noch ein Differenzieren. Das ist noch ein Differenzieren. Also, das ist noch ein Differenzierter. Hmm, hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Naja, egal. Wollen wir nochmal hier reingehen, gucken, was da jetzt so los ist. Warum haben wir hier nur einen Stern geholt? In 30 Sekunden, ok. Müssen wir auch schaffen in 30 Sekunden. Oh. 2 Sterne. Dritter Sieg. Spielen, in Ordnung, 16 Sekunden. Oh. Boah. Boah. Halla, die Reitfee. Kein Platz mehr. Ja. Oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Ihr wisst, wie das Spiel geht. Ich werde es verlassen. Verlassen. Ich werde jetzt mein Ticket abholen. 10 Minuten braucht ihr nur zu spielen. Das waren jetzt fast 20 Minuten. Und sage mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich werde mich freuen, wenn ihr aber am nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.